Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Trouble in Mindville. Ja, diese Folge ist eine etwas kurze und besondere Folge. Okay, Hintergrund haben wir jetzt technobales.fm, ich hab zwar eigentlich was anderes angemacht, aber egal. Ja, warum diese Folge etwas Besonderes ist, liegt einfach daran, dass ich heute einfach wenig Zeit habe. Heute Montag ist mein Geburtstag, der 25.11. HWG-Geburtstag. Ich krieg gleich noch Besuch, das heißt, ich muss jetzt eigentlich gar nicht schnell aufnehmen. Und ja, da hab ich mich schon entschieden. Trouble in Mindville und danach eventuell noch eine ganz kleine Runde einer im Lauf zu spielen. Und ja, einfach mal gucken, was da so wird. Ja, ich hab eigentlich gar nichts am Anfang, sondern eigentlich kacke. Oh, das war eine Kiste. Ich bin... Was bin ich? Innozent. Keine Innozent, nur mein feinem Bogen, okay. Ja, wir hoffen, weil das wir am gewinnen, oder so. Gut. Gut. Na ja, egal, wir haben feinem Bogen, das heißt nichts. Ja, wir gucken einfach mal. Ne, ein bisschen blöd, weil man hier unterhüpfen kann. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Das ist jetzt blöd gelaufen. Wie kann man überhaupt machen? wir trennen die Verbindung gehen jetzt erst mal auf mein Plex genau mein Plex ich hätte mich Bock auf komm was wie heißt das äh Dragon Escape 9 wie heißt das äh oder was auf dem anderen ist er beim K-A-D-Modus One in the Chamber genau One in the Chamber war das ich meine siehst es ja oder wir gucken einfach mal was One in the Chamber ist wow lag und ja ich hoffe mal dass es das ist was ich meine ja wow leck auf zu lecken ja alter was denn jetzt los hallo ich will nicht lecken und es geht los One in the Chamber was war One in the Chamber nochmal ich habe gar kein oh leck okay das war doch One in the Chamber ist sowas aber war das doch was ich gesucht habe wie die Ecke haben wir schon mal neister sein aber auch das bleibt war auch der mit schrägten herrte und die okay komm her, komm ran auf den meter! ich geb dir! nice, oh shit, bin tot gegangen hey du KSR! Arsch! ich glaub ich hab gar kein Leben mehr und warum höre ich die ganze Zeit ein Ender-Dracho? what the heck? BAM! Junge, das war ein schöner Snipe! okay, da warte ich hin oh, easy BAM! Nein! hua, hua! come on, come on! I kill you all! BAM! 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 Ja, easy! 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 Wow! Ich bin fast getroffen, aber ich bin zu lau um den zu töten! Endlich schaue ich ihn unterschlagen Aaaaah, komm schon! Dann feil! Aaaaah, der auffeil! Nein! Oh, oh! BAM! Voll in die Fresse! Aaaaah! Nein, er hat mich erwischt! Daneben Oh, fuck you! RACHE! Fuck! Kann ich wieder aufgehen? Oh, fuck! Warum könnte ich so krass hoch springen? What the heck? Komm ran jetzt hier! Aaaaah! Fuck! Ich hab grad wieder einen Pfeil gekriegt, Mann! Aaaaah, gay, 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 gay! Sniper-Action! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! So, ne! Schau! So, ne! Aber doch, ne! Wie wir, die I loved the sound to passen! Weil ich es vorher nicht nachgeguckt habe... Bam! Headshot! Neulee neben! Nein, nicht, mich hauen, ich will den auf Carla töten, wartet Nein, ich hab nicht gewonnen Das war eigentlich verständlich Oh, Acht Ich glaube, ich sollte die Mods mal einfach öfter mal spielen Ja, ein bisschen Ja, okay Wir gehen hier raus, komm, eine Runde machen wir noch Aber was ich euch auch zeigen kann ist Jetzt hab ich hier ein Pad Willst du? Tomine! Da ist mein Tomine, ne? Das ist ein süßes Ding, ne? Ich weiß Komm, wir machen einfach mal hier Dragon Was ist das denn? Tower Wars Oder Tower Wars oder wie auch immer Schwerbar um eine Runde Bam Wir nehmen den Für den haben wir nicht gut Games Das ist eh ultra, da kommen wir eh nicht ran Und ja Gucken was es ist Also ich denke mal, das wird die letzte Runde sein Dann Werde ich leider schon Let's Battle Montag aufhören Da wir es eh gleich schon 17 Uhr haben Ich muss das Video rendern und hochladen Ich hoffe, das kommt pünktlich Wenn nicht, tut es mir echt leid Aber ja, ich war heute arbeiten Ich hab jetzt Praktikum Und das heißt, ich muss bis Viertel nach vier Muss ich jetzt arbeiten Und ja Ist natürlich ein bisschen scheiße Ich bin jetzt nach Hause gekommen Weiß noch ein bisschen unten und so Und da dann ja ungespielt Skin Und ja Bisschen kacke Aber naja Ja, meine Oma und Opa kommen gleich zum Besuch Und dann kommen noch ein paar Kumpels zum Besuch Und ja, so viel Und jetzt hab ich gedacht, nimmst du kurz auf Ich muss eh gleich noch kurz TS gehen Und den Leuten Hallo sagen Vielleicht singen die mir ein Gustavs-Lied Das wäre einfach richtig cool Was ist das denn? Hellblaue Wolle What the fuck? Was machen wir hier? Ich war Ich bin auf jeden Fall gegen die andere BAM Treff ich überhaupt? Was macht der da? Ich sehe meine Pfeile ja nicht mehr fliegen, what the heck Ach, am Anfang ist Aufbaufase Sag doch was Zack Zack, zack Zack Und zack, zack Okay, jetzt ist Battle-Phase oder was hier? Bam Das sind Hörzielen Nein, ich wurde erwischt Kack, kack, scheiße, kack BAM Aber warum hat der ein Schwert? Ist das denn kacke? Oha Okay, merken, nicht darunter hüpfen Das ist tödlich Zack Das ist tödlich Wollt und Action Wollt und fahrt Wollt und fahrt BAM 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 Das ist ein lustiger Mottolder, ich verstehe es sei nicht, ganz aus Prinzip aber egal BAM 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 Oh, ich treffe nur die Wolle, er sagt doch kacke Oha, zack Team Blau, aber glaube ich am Gewinn, so wie es aussieht Boah BAM You can attack B-Bilding Dinger Hör und kann ich nichts attacken, what the fuck Ach, ist der billingen Phase wieder Bam, 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 juhu, ich geh ab, Sniperman, zack, oh fuck, ich burne, hallo, ich bin hier raus, haben wir gewonnen, ja, wir haben gewonnen, für 7 kills kriege ich 3 Games, what the fuck, team win, ah, okay, nice, also dann kann man, glaube ich, gut Games farmen, aber egal, ich muss leider den Part beenden, es tut mir echt leid, dass es heute zu wenig ist, zu kurz ist, aber ich muss jetzt beeilen, wir haben 17 Uhr jetzt, ich muss rennen und hochladen, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag, schöne Woche, euer kleiner Tom, bis dann, ciao, ciao, Haha